Hi, ich bin Nina Hemmer und ich ringe beim Arztürkerrad. Momentan trainiere ich am Leistungsstützpunkt in Jena und trainiere beim Hartmut Reich. Und ich fühle mich hier sehr wohl mit meinen Trainingspartnern. Mein erster Erfolg war dann 2007, da bin ich zum ersten Mal Deutsche Meisterin geworden. Das war so ein bisschen der Start, wo ich gesagt habe, jetzt geht's los. Letztes Jahr, 2012, habe ich dann nach dem Deutschen Meistertitel auch den Europameistertitel gewonnen. Also für mich selbst bedeutet Ringen momentan alles. Was mich am Ringen so begeistert, ist einfach, dass man so vielfältig sein kann. Man muss Kraft haben, man muss Konditionen haben, man muss flexibel sein. Das heißt Ringen auf Teilwändisch. Ich bin jemand, der eigentlich lieber nicht nachdenken möchte. Also einfach nicht zu wissen und auf die Matte zu gehen, ohne nachzudenken ringend. Ich bin ein absoluter Wettkampftyp. Ich bin ein absoluter Wettkampftyp. Ich bin ein absoluter Wettkampftyp. Mein Ziel ist Rio 2016 und ich hoffe, dass bis 2016 alles optimal abgestimmt ist. Dass ich dann 2016 erfolgreich in 55 Kilo mich qualifizieren kann. Schutzt! Bis zum nächsten Mal.